Hier haben wir das Abask Muskelmassagegerät. Es kommt mit einem praktischen Case zum Tragen, einer Bedienungsanleitung mit der Erklärung der verschiedenen Funktionen und Aufsätze und dann werden wir die Maschine jetzt einmal aktivieren. Bevor wir sie aktivieren, zeige ich noch kurz die verschiedenen Aufsätze. Die Maschine kommt mit mehreren verschiedenen Aufsätzen. Diese sind sehr stabil gebaut. Einem Netzteil, Zubehör und das Gerät selber hat ein gutes Gewicht auf jeden Fall. Einen schönen gummierten Griff und jetzt werden wir das Gerät einmal unten aktivieren und schauen uns dann die Funktion an. Jetzt habe ich das Gerät unten aktiviert. Der Kontrollring leuchtet und wir können hier dieses Gerät einstellen. Dann sehen wir schon das Display und die Anzeige in der Mitte, die verbrannten Kalorien und bei Plus und Minus kann man die Stärke einstellen. Ich gehe jetzt mal auf erste Stufe. Ich habe mich vorne für den Aufsatz entschieden. Man sieht schon, es ist schon recht stark. Und da kann man auch verschiedene Einstellungen noch vornehmen, Plus und Minus. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Da sieht man schon eine Kalorie verbrannt. Uns gefällt das Gerät auf jeden Fall. Die Intensität ist bei Plus und Minus einstellbar.